Peace Leute und willkommen zum ersten Video hier auf dem RedStay Kanal und ich fange alles schon mal erstmal mit einer traurigen Information an, nämlich das erste Video hier erzählt eigentlich nur davon, dass diese Woche kein Video auf den Hauptkanal kommt und das tut mir auch leid insofern, dass ich wirklich gar keine Zeit mehr wirklich gefunden habe, irgendwie sowas wie YouTube zu machen, aber das werde ich eigentlich mehr auch nächste Woche erzählen, denn ab jetzt kommen die Videos immer sonntags und alle die mich hier abonniert haben, wissen, haben jetzt sozusagen die Informationen, heute ist Sonntag, wenn das Video rauskommt und ich glaube es hat gerade geklingelt, aber sozusagen wisst ihr Bescheid, guckt nächste Woche Sonntag vorbei, es klingelt immerhin weiter, ja, ich gehe zu dir aufmachen, ciao, bis zum nächsten Mal, Sonntag beim Hauptkanal, bye! Bis zum nächsten Mal!